hallo leute ich bin wieder bei waruna servus leute wir sind hier in gesellschaft von hier so schwarzen typen und ich würde sagen sie uns schlachten jetzt geht es auf mich los das nicht gehauen dass man die aufnahme halte kamera perspektive umstellen ich bin fast wieder ja willkommen auf alle hat minecraft sky factory wir haben schon ein bisschen was vorgearbeitet weil wir brauchen haufen rohstoffe und deswegen sind in den folgen einfach nicht gebacken ja wir haben uns ein bisschen eisen hergestellt ich werde gleich ein blockäcker bauen genau und ich werde mich darum kümmern dass wir mal irgendwie ein lagersystem hinkriegen und zwar auf der wohnplattform das wird mein kisto zwar nicht gefallen weil dann muss er immer so ewig laufen ist mir egal du weißt ja wie das läuft ich schmeiße es hier vorne die kiste und du ärgerst dich und sortierst da für mich um ich wollte dir gerade mal noch was probieren und den einstellungen da soviel schammerz hier jetzt ist die musik ganz weg ja wie ihr seht wir haben schon inzwischen jede menge krams gekriegt aus diesen lustigen looting bags viel zu laut und ich mache mich dann jetzt als erstes mal an dem lager habe ich schon ein bisschen was bereit gelegt das hat worum auch sachen in die kiste sortiert jetzt wollte ich hier die musik anders einstellen und jetzt verkack ich es auch kein strom und wir sehen eisen der mannspitzhacker blabby blub ein redstone und ein paar dumme steine haben wir noch fässer oder hast du alle mit ich habe drei fässer mit kannst du noch eins geben warum du bist ich sehen wieder den endermann der macht kracht für zwei so viel nix dankeschön und dann gucken wir mal wie so ein block breaker funktioniert wir hatten ja schon mal hier diese vorrichtung gebaut will den block breaker einfach mal hier hin keine ahnung ob die block oder der seite fluss ich hoffe mal auf der anderen sehen wir ja gleich sieht aus dass es auf der seite block kaputt machen würde wie sieht denn auf der anderen seite aus ok ich glaube ich muss den andersrum hinsetzen so jetzt müsste block breaker richtig stehen jetzt stelle ich das fass noch mal um und ich hoffe der leid jetzt auch direkt in das fass uns geht nicht nur mit der kiste gucken wir doch mal jetzt haben wir noch den hebel und dann sollte er theoretisch funktionieren perfekt und wir haben ein support an kabels dauern und es wird regelmäßig mehr nicht so schnell ja immer 13 nichts geht weg als sammels immer direkt auf also muss sich keiner mehr von uns hier hinstellen und den kram packen sind wir es in den letzten folgen gemacht haben und vor allem jetzt mit dem fass haben wir dann auch erst mal 4096 kabels dorten wenn das fass voll ist wunderbar da kommt wieder endermann wenn der monster verloggt ihr irgendwie nur so magisch an haben wir sind von der erde die du produziert hast ja dann damit den steinern dann wird ja noch extra clean stone immer soll nämlich hier endlich mal ein bisschen ausbauen es kann bisher immer nicht voran vor mir her geschoben ja genauso in der auto haben immer zu kurz das wollte ich sagen so der block breaker funktioniert und ich habe mir schon sagen lassen das sieb würde nicht mehr mit dem tonnen autonomous activator gehen das wäre natürlich ärgerlich ja schon ein bisschen das heißt wir müssen ein automatisches sieb machen um irgendwann den kram wie fehlt mir noch der arbeitsschrift über die deine dann klein klopfen gut wie meinst die kleinen klopfen dafür könnte der autonomous activator gut sein dass man da dann so ein hammer rein macht und dann irgend so ein block placer oder sowas das klingt nach dem plan müssen wir den ganzen mist immer manuell klein klopfen das nervt ja auf dauer auch ganz schön das mal das mit gravel kriegen meinst du ja obwohl es müsste ja theoretisch f-tool dimensionen geben dann könnte man später irgendwann dort mit dem quarry farmen gehen aber ich glaube das ist noch ein sehr 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 weiter schritt in die zukunft vermutlich vermutlich wenn könnten wir uns theoretisch ins wenn ich ins ende in den meter wagen wir haben genug obsidian gefunden denn die mutigen pecks war du hast mal eingefragt was willst du denn da ja ich weiß ich sagte wirkt er nicht ich habe es vor ich glaube wir sind dann einfach weiter kam es dort klein zu kies und den dann zu malen das ist leider etwas mühsam und nicht das interessanteste wenn ich nicht dauernd die kabel zu wechseln würde ging es auch schneller und dann haben heute endlich mit dem ersten block breaker das heißt wir können bei den kabel zu uns schwimmen das ist immerhin ja wenigstens haben wir dann ein koppel zu tun obwohl es glaube ich auch dass es eine maschine gibt die denn herstellt aber da verbrauchen wir wahrscheinlich eisen und wir brauchen jetzt erstmal nur eisen 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 für alles eisen ich wüsste gar nicht was wir ohne eisen machen sollen können das auch mal noch ein paar kabel stones in achten da wollte man noch rufen hauen du kannst ja gerne welche holen noch haben wir nicht viel automatisiert ich habe schon wie man vorhin gesehen hat in der kiste eisen und enderperlen bereit gelegt das heißt wir müssen auch mal noch ein kleines er sagt wie heißt der kleine tinker bauen ich meine laber kriegen wir auch schon zum verheizten meinst du meinst du ja so ein full forge dort können wir dann allen möglichen chamas ein schmelzen und könnte man dort zum beispiel ähm diese ach diese ender erobachten machen die ich brauche die für die transportrohre das war mein automatisches transport und lagerungssystem hätten so kleines genau verspricht kiste egal was wir schmeißen es rein und es wird nach hinten sinnvoll aufsortiert ich habe einen endermann vor mir bei dir sind auch drei ja ich bin schon am hier hauen dann hau du mal hau die ganze zeit auf das sieb mühsam lästige arbeit wir brauchen echt so ein automatik sieb ich gucke also erstmal nach dem brater und dem automatik sieb sobald ich das hier gesiebt habe ach ja und nur falls die leute sich auch wundern sollten warum ich in voller eisenrüstung rumlaufe so wie du es eben gemacht hast das habe ich natürlich alles in looting den bags gefunden das eisen was man hier durch sieben bekommt und dann mühsam umwandeln muss wäre dafür einfach zu schade sagt derjenige der drei eisen verschwendet hat in die spitzhacke die sind nicht verschwendet man kann auch mit der stein spitzhacke arbeiten jetzt schon meine spitzhacke tatsächlich mit einem eisen zu einer eisenspitzhacke gemacht aber dann ist mir eingefallen dafür brauchen wir auch die tinker schmelze es war nur ein bisschen anders kriege ich das eisen nicht in die form ungeschickt nennen wir es ungeschickt ich habe das mit meiner spitzhacke auch nur gemacht weil die sich selber repariert und dann habe ich hier noch einen da ist ein spruce wood ach denn der ist wahrscheinlich nicht abgebaut worden im birkenholz ich habe dann auch noch die grandiose idee gehabt ich weiß gerade nicht was spruce war tanne ja eine fichte glaube ich eigentlich korrekt auf jeden fall habe ich hier dann extra noch einen baum investiert investiert infiziert um strings zu bekommen wobei ich völlig verpeilt habe dass wir ja genug strings von der monsterfalle haben nein wir brauchen noch ganz viele ja passiert halt ich wollte ändern vier stück und er portet sich ja der ist sauer weil ich ihn gehauen habe und er hat jetzt kein werfen ja jetzt habe ich mir das ja sagt man mir nicht sagen so aber wir haben zumindest ein solcher einiges an zerbrochenen herzen bekommen das reicht nicht ich sage nur einiges nicht dass es groß was hilft soll jetzt aber zum beispiel ich meine die bäume guter des alten herzen das kann man hoffentlich auch brennen und einen barren draus machen so wir haben das zerbrochene machen den ein orc revel draus ich guck mal ob man den eigentlich die horch anders aufarbeiten kann als sie zu brennen vielleicht kriegt man da auch irgendwie zwei raus ähhhhh so und jetzt brauchen wir nicht die bäume hier noch mal gut dass sie Platz haben smelzen oh im pulverizer könnten wir tatsächlich zwei rauskriegen das wäre natürlich schon viel geiler der smelze vielleicht auch das war es aber so pulverizer war einfach kackenteuer wenn ich mich recht erinnere Kupferzahnrad, Redstone Reception Coil, Machine Frame, Piston, Flint. Meinem Reception Coil habe ich noch. Ja, ich habe auch schon einen gesehen. Ich weiß nicht, ob es der richtige war, aber irgendwo haben wir einen. Ja, der mit zwei Redstone und einem im Gold. Ich wollte jede Menge Kupfer dafür. Wir haben eigentlich schon verdammt viel Kupfer. Sag ich es doch. Ah, nicht schlecht. Kupfer, 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 Kupfer. So, ja, Christopher hat vorhin schon gesagt, er will hier einen Haufen Leitungen legen. Und deshalb müssen wir, oder habe ich mir gedacht, wir legen unter die Plattform, überall noch eine Plattform runter. Und haben dann so eine Art Versorgungsschacht. Das werde ich wohl in einer der nächsten Folgen in Angriff nehmen. Wo war der Reception Coil? In der Kiste, wo du die Zutaten... Ups. Für das Dings da hattest. Kenntest du Dings da? Oh, das ist der richtige. Sehr schön, ja. Tatsächlich. Oh, schmerzhaft. Wenn ich mir das angucke... Zinnzahnrad. Vier Zinneneisen. Guck mal, vier Eisen. Ich habe schon wieder zu wenig Eisen. Ich glaube, das mache ich dann doch nicht. Ich habe auch keinen Sinn. Ja, da werden wir doch noch einmal farmen gehen müssen. Oh, toll. Jetzt stehen hier oben Skalette rum. Was soll denn das? Pulverizer schonmal eines der Projekte, das ich angehen werde, für oder vor der nächsten Folge. Obwohl, hier habe ich noch Eisen. Hm. Ich würde nach dem dummen Generator gucken. Okay. Der Weiblist. Generator. Nicht der Lava. Sind. Haben die zwischen viele Generatoren. Krass. Da ist er! Aber das ist ja recht cool. Oh, ich brauche auch schon wieder zwei Eisen in den Brat. Ich brauche auch noch Eisen. Ach du, meine Güte. Ey, der hat eine Schaufel in der Hand. Schaufel. Ich merke gerade, dass ich wieder hungrig bin. Ich habe schon sechs Decks Cobblestone. Und ich habe einen Diamanten irgendwo gesammelt. Der war auch noch in der einen Kiste. Oder ist wieder ein Zombie von oben runtergefallen. Irgendwie spawnen die auch da oben. Hatten wir nicht Fackeln oben drauf? Ja, aber... Ah, ja, wir hatten Geld drauf, haben aber hier den Steg gebaut. Und auf dem Steg ist natürlich da nicht genug Beleuchtung. Ah, mein Christoph. Was denn? Sag du, Squat, das gehört nicht in die Kiste. Mö, 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 mö. Und Essen auch nicht. Wer hat sich immer regelmäßig? Äh, Cobblestone. Wie viele Stacks hast du gesagt? Also noch Alten, Cobblestone, Flanken. Wo wir hier Tischraum weiterbauen können. Hier. Na, das, 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 das. Noch zwei Redstone brauche ich. Ich bitte, dass wir nur einen dummen Generator bauen. In der Ork-Kiste. Das sind 27. Ach, sehr schön. So fast unheimlich, jetzt ob du hier sitzt, wenn du mir über die Schulter guckst, was ich gerade gerade mache. Nee, du hast ja gesprochen. Ja, trotzdem. Weil du wusstest nicht, was du suchst. Äh, Charko. Wir brauchen auch noch mal eindeutig mehr Charcoal. Ja, lass mich kurz hier das Häuschen bauen. Und dann können wir dich nicht mehr bauen. So, jetzt haben wir schon mal Energie. Die einfachste Form von Energie, die es gibt. Survivalist Generator, der über Charcoal Energie erzeugt. Also Holzbohr. Wir können den Harvester bauen. Ja, danke für die, für das Gemüse dahin. Ich wollte mal aber die Cobblestone-Plattform ausbauen. Und auf der Holzplattform ist das Ding frisst einfach zu viel Energiefall am Anfang. Ja, aber es fabriziert trotzdem irgendwas. So, ich wollte nach dem Preiser gucken. Ich glaube, ich brauche dafür auf jeden Fall eindeutig mehr Dingens. Nein, ich habe zu niedrig gebaut. Ja. Vier Eisen und das Zinzahnrad. Das Zinzahnrad hatten wir schon hier. Jo, ich habe, äh, drei irgendwas gekriegt. Ein Eisen bräuchte ich noch. Ich habe wahrscheinlich kein Eisen. So, Ability Upgrade. Oh, wir haben kein Eisen. Obwohl, doch, da war doch eben... Pulver des Eisen. Gucken wir doch mal, was das ist. Oh, ich bin so dreist und klau das daraus. Oh, auch das kann man natürlich nicht verarbeiten. Das ist ärgerlich. Puder des Eisenerz. Mach mal den da draus. Aus vier machen wir einen Eisenerz-Staub. Wir sehen, ob wir wieder klein klopfen können zu vier. Sehr hilfreich. So, wir sind auch eigentlich durch mit der Zeit. Echt? Ja. Okay. Natürlich nervig, dass wir daraus nicht mehr machen. Na gut, dann machen wir den ganzen Krams zum nächsten Mal. In der Zeit werde ich noch ein bisschen Eisen farmen. Obwohl, da haben wir noch eins. Brennen können. Machen wir das nochmal schnell noch. Dann könnte ich das vielleicht gerade noch hinbekommen. Dann kann ich mit der Maschine einfach schon mal ein bisschen arbeiten, bevor wir uns das nächste Mal sehen. So, das war das. Ihr habt ja jetzt gesehen, was ich bringe. Ich werde die Maschine einfach fürs nächste Mal bauen. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Eisen zur Verfügung. Dann platziere noch einen Block. Und dann war's das. Hier baue ich jetzt einfach mein Block. Das haben wir alles. Und das ist klar. Und dass ich Glas einfach aus Sand herstelle, den ich aus dem Kies klopfe. Das ist auch klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, mein Christoph. Ciao. Tschüss, Leute. Minecraft.